Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auf, wenn wir zu hören und zu sehen sind und ich begrüße heute Abend hier Frank Thelen, wahrscheinlich einer der bekanntesten Investoren, kann man sagen, in Deutschland und das nicht nur aus Höhle der Löwin, wo ihn viele herkennen, sondern ja, Baujahr 75, muss ich sagen, und schon gleiches Baujahr und schon die erste Firma 94 gegründet, Frank. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag bei dir. Das erste, soweit ich das richtig interpretiere, war ein Thema mit CDs noch. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Und dann ging es weiter über Content-Management-Systeme, sogenannte CMS-Systeme, über Online-Fotodienste und dann das Aktuelle, was du heute ja noch intensiv machst, ist die Freigeist Capital GmbH. Das heißt, du investierst selbst Geld in andere Unternehmen und hilfst denen beim Wachsen. Und das, wo auch, sagen wir mal, der Otto normal Verbraucher daran teilnehmen kann, ist der Fonds 10xDNA, wo ihr in disruptive Technologien investiert und um den geht es heute auch. Das heißt, um Investments in Technologien, die gegebenenfalls unsere gesamte Zukunft beeinflussen und verändern können. Und der Fonds ist gestartet, ja, rückblickend. Zu einer wirst du wahrscheinlich heute noch was zu sagen. Sehr, sehr spannende Zeit, nämlich der Corona-Zeit. Und da waren diese Werte natürlich entwog, weil vieles davon online basiert ist. Und leider musst du jetzt sozusagen, du und der Fonds und alle, auch die Unternehmen, ein bisschen leiden unter der Nach-Corona-Zeit. Und deshalb stellt sich dann jetzt die Frage, ist denn jetzt die Zeit, in den Fonds zu investieren, um zukünftig an dem Erfolg dieser Unternehmen zu partizipieren? Und jetzt gebe ich dann direkt das Wort zu dir. Mein Name ist André Rabenstein. Ich bin der Gründer von Rentablo.de und Rentablo ist der größte Fonds-Discounter mit Cashback hier im deutschsprachigen Raum. Und deshalb herzlich willkommen und dir das Wort, Frank. Vielen, vielen Dank. Ja, schön, bei dir zu sein. Genau, ich würde erst mal einleitend ein paar Slides zeigen, die wir vorbereitet haben. Und danach natürlich auch gerne in dem Chat, der jetzt ja freigeschaltet ist, auch dann in die Diskussion einsteigen. Genau, da gibt doch mal gerade im Chat Feedback. Aber ich denke, der Share hat hier funktioniert. Wir stehen vor den größten Herausforderungen der menschlichen Geschichte. Das hört sich sehr, sehr groß an. Aber wir glauben ja wirklich daran, dass die Herausforderungen so groß sind wie nie zuvor und vor allen Dingen, sie bewegen sich exponentiell. Also das, was wir vielleicht nachher uns sehr darüber freuen im Aktienmarkt, dass Unternehmen sich dann sehr schnell entwickeln und damit eine Menge Free Cashflows, ist die Herausforderung, wenn diese Technologien von der bösen Seite sozusagen genutzt werden oder wir auf einmal sehr viel Raubbau an dem Planeten betreiben, ist das ein Problem. Ich habe dir hier mal aufgeführt, ein paar von den Punkten. Das heißt, wir stehen vor großen Herausforderungen. Technologie hat uns dorthin gebracht. Dann hätten wir uns als Menschheit dazu entschieden, in den Wäldern, in den Höhlen weiterzuleben, hätten wir heute sicherlich keine Pandemien, werden sicherlich keine Klimakrise und Umweltkrise wieder sehr haben. Aber ich glaube, es hat sich so entwickelt und ich glaube, ich liebe mein Leben und auch die meisten wahrscheinlich wollen genauso weiterleben. Und die gute Nachricht ist, das geht auch. Technologie hat uns hingebracht in diese brisante Situation, aber sie kann uns auch rausholen, sodass wir weiterhin sehr aktiv leben können, reisen können, tollen Wein trinken können und so weiter. Aber trotzdem mehr im Gleichgewicht mit dem Planeten leben und eben keinen Raubbau mehr betreiben. Das alles ist der Baukasten der Zukunft, worauf das Ganze basiert, was die Philosophie auch unserer Investments ist. Und es ist eben nicht so, dass irgendeiner das groß geplant hätte und gesagt hätte, ein ganz großes Unternehmen oder ein Staat, genau zu dem Zeitpunkt in dem Jahr müssen diese ganzen tollen disruptiven Technologien da sein, sondern es ist Zufall. Es ist Dekaden an Forschung und Entwicklung und jetzt kommen diese Technologien, KI, Künstliche Intelligenz, nur eins davon. Das viel spannendere als KI ist das Konzert. Das heißt, wir haben auf einmal 3D-Druck in einer völlig neuen Dimension an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit. Wir haben mit Blockchain verteilte, hochskalierbare und sichere Finanztransaktionssysteme. Wir haben 6G, wir haben Internet aus dem Weltall, wir können unsere DNA lesen und schreiben und vieles mehr. Das beschreibe ich ja alles in meinem Buch, aber das, worum es jetzt geht, ist zu verstehen, dieser Baukasten ist da. Ja, Köpfe, Kapital kommt zusammen und dann werden fast quasi alle Industrien neu geschrieben. Da sind wir schon wieder am Kapitalmarkt, denn da wird es spannend. Wenn Industrien neu geschrieben werden, dann verändern sich Bewertungen und dann kann man daran partizipieren. Und wenn wir uns zum Beispiel die Autoindustrie anschauen, die ja für uns in Deutschland enorm wichtig ist, auch mit den ganzen Zulieferern, dann wird die aus deutscher Sicht leider gerade neu geschrieben und wir, danach sieht es aus, ziemlich sicher verpassen das Thema oder verlieren es. Aktuell gehört es uns ja, weil auf einmal Batterien, Software und neue Produktionsverfahren viel wichtiger geworden sind und die großen Gewinner sind ziemlich sicher Tesla und BYD. Wo ich das gerade sage, nochmal wichtig, das ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ich erzähle einfach nur, woran wir hier glauben, aber ganz wichtig, wenn ihr investieren wollt, egal wo immer, bei cdxcda.info informieren oder sonst auch hat jede Anlage natürlich ein Risiko. In der Luftfahrt wird das genauso passieren. Wir werden einfach andere Flugzeuge bekommen, die deutlich effizienter sind, sicherer sind und dann ist die Frage, können da Boeing und Airbus mitspielen? Da ist es noch nicht definiert. Ich glaube, in der Autoindustrie ist es leider so, dass wir die verloren haben. Auch im Gesundheitsbereich werden die Dinge wirklich neu geschrieben. Wir nehmen zum Beispiel heute ständig Kopfschmerztabletten, aber wir werden in der Lage sein, unseren Körper so umzuprogrammieren, dass wir die eben nicht mehr benötigen. Wir haben Krebs als unheilbare Krankheit. Krebs wird in den nächsten Jahren natürlich jede Art wieder auf sich verschieben. Ein hochkomplexes Thema, aber man kann schon generell sagen, dass in den nächsten Jahren die meisten Krebsarten heilbar sind oder zu einer chronischen Krankheit werden. Unser Gesundheitssystem wird komplett verändert. Es wird digitalisiert, es wird digitale Ärzte geben. KI wird uns helfen und so weiter. Ich will gar nicht in jede einzelne Industrie reingehen. Können wir gleich gerne, wenn ihr da Fragen habt, reingehen. Das große Bild für euch jetzt hier ist, es werden Industrien auf Grundlage des Baukastens der Zukunft, weil Köpfe das nutzen mit Kapital und einfach komplett neue Produkte, die deutlich besser sind in den Markt bringen. Es entstehen sogar neue. Warum dürfen wir hier investieren? Warum haben wir 10xDNA als Publikumsfonds gestartet? Wir haben viel Erfahrung. Wir sind seit über 20 Jahren im Venture-Capital-Geschäft unterwegs. Wir sind quasi dort in der frühen Phase mit dabei. Bei Procyon zum Beispiel entwickeln wir gerade ein potenzielles Krebsmedikament. Dort sind wir in der ganz frühen Phase mit dabei, betreuen das Unternehmen. Wir sind in Hyperloops, einer der frühen Investoren gewesen bei Lilium Aviation. Das waren vier herausragende Köpfe in der Garage und wir haben mit gelötet. Wir haben mit Software geschrieben. Wir haben mit Fundraising gemacht. Also wir sind da wirklich mit dabei. Mit Endurosat bauen wir gerade ein europäisches Gigabit-Netzwerk im Weltall auf. Roboter und so weiter. An diesen Themen sind wir täglich, da komme ich gerade auch wieder aus dem Meeting her mit einem Team, dabei und bauen diese Unternehmen wirklich mit auf. Wir verstehen, wie eine Batterieproduktion skaliert wird. Und dieses Know-how, diese Erfahrung aus diesen Technologie-Investments im Private Market, also im Venture-Capital-Bereich, übertragen wir jetzt auf den Public Market. Man muss aber auch ganz klar sagen, wie du es auch schon gesagt hast, André, der Start war vom Zeitpunkt her, könnte man sagen, nicht glücklich. Wir machen kein Market-Timing. Das hier ist ganz langfristig angelegt. Vor allen Dingen ist ganz viel unserer Eigenkapitals auch in den Fonds investiert. Ich persönlich habe über 10 Millionen in die Fonds investiert. Das ist ein ganz langfristiges Thema. Aber schaut man jetzt aufs Timing, war es entweder unglücklich, wenn man schon investiert hat. Ich habe investiert, aber wenn man es jetzt als Chance sieht, ist es vielleicht ein ganz toller Einstieg oder ist definitiv einfach rein auf den Multiples historisch betrachtet ein toller Einstiegspunkt. Aber genau, diese Geduld haben wir. Wir haben ja eine ganz langfristige Perspektive. Warum ist das so, dass eigentlich diese Unternehmen oder damit der Fonds, unsere Strategie, so weit abverkauft wurde? Es sind Makrothemen. Es ist nicht die Unternehmen, da gehe ich gleich darauf ein, sondern es sind Themen, die Inflation, damit mussten die Zentralbanken natürlich am Ausschlaggebend sind für den Aktienmarkt, die FED aus den USA, die Zinsen so progressiv anziehen, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Teure Zinsen, gleich weniger Geld im Markt, damit versucht man die Inflation zu reduzieren. Aber wenn ich die Zukunft finanzieren will, also neue Technologieunternehmen und dann wird das Kapital teurer, das ist ein Problem, weil damit sage ich, oh, dann ist auf einmal diese Asset-Klasse nicht mehr so interessant, auch wenn das Unternehmen gar kein neues Kapital braucht. Da ist auch eine Menge Fear, die dann einfach im Markt ist, wenn der Zins so angehoben wird. Wir haben leider Kriege. Eine riesen, riesen Katastrophe. Natürlich humanitäre Art, aber auch der Aktienmarkt sieht das nicht gerne. Wir haben Spannungen zwischen USA und China und so weiter. Das heißt, wir haben eine Menge Makro-Themen, die aktuell für ein Risk-Off stehen bei den Investoren und die sagen, ich will absolute Sicherheit, ich werde jetzt ganz sicher kein Risiko eingehen. Und das sieht man in der ganz extremen Form, dass sogar ein breiter Index wie ein S&P 500 oder auch stabile Unternehmen wie ein Coca-Cola oder Pepsi oder wer da alles da drin ist, selbst die werden gar nicht mehr so stark gekauft, sondern es sind diese Magnificent Seven, also die Apples, Microsoft und so weiter, wo jetzt wirklich fast blind das Kapital reingeht. Die haben fast 75 Prozent zugelegt in diesem Jahr. Also wenn man nur diese sieben zusammennimmt, nimmt man den S&P 500 mit denen, dann sind es 18 Prozent und ohne diese Unternehmen ist ein S&P 500 nur bei plus 5 Prozent dieses Jahr. Also wirklich eine dramatische Bewegung, ein Klumpenrisiko, wie man so sagt. Es war einfach ETFs und andere wirklich relativ blind in diese Unternehmen reingehen. Das sind herausragende Unternehmen, aber sind sie bei denen Multiples noch fair bewertet? Das muss jeder für sich wissen. Was ich euch sagen kann, das wird von vielen, vielen Leuten, die hier jetzt investiert sind, gar nicht mehr geprüft, sondern es ist der sichere Hafen und dort fließt das Geld. Das muss man einfach so sehen, aktuell rein. Für uns, so verrückt es klingt, ein gutes Setup. Wenn wir als aktive Manager können jetzt zeigen, dass wir wirklich deutlich outperformen können. Wir sind in einer Phase von frühphasigen Unternehmen. Also wir haben auch schon Unternehmen, die sehr stabil sind, aber wir haben auch einige Unternehmen in unseren Fonds, die in der frühen Phase sind. Und deswegen haben wir als aktive Manager schon früher ganz klar definiert, unsere Unternehmen müssen jetzt stabil finanziert sein. Damit fallen Unternehmen, die herausragende Chancen bieten, teilweise auch raus. Aber wir haben die Entscheidung getroffen. Wir wollen jetzt den Runway garantiert haben. Wir wollen wissen, dass das Cash auf dem Konto ist oder ganz klar die Profitabilität in greifbarer Nähe. Denn neue Finanzierungen, wie es immer üblich war, in den nächsten Monaten zu bekommen, wird einfach schwierig. Deswegen haben wir hier aktiv das Portfolio umgestellt. Wir nutzen Volatilität. Gerade bei unseren kleineren Werten, wie zum Beispiel einem Hyperfine. Ich erkläre gleich noch, was Unternehmen macht. Schaut man sich nur mal die eine Woche an. Da geht man von 80 Cent auf 1,50 Dollar innerhalb von einer Woche und diese Volatilität nutzen wir, um dann halt geschickt immer wieder nachzukaufen, die Optionen zu nutzen, wenn dort sogar auf Wochenbasis irrationale Volatilität on No News gemacht wird. Und sind dann vorbereitet, weil wir die Unternehmen im Detail kennen, die Partnerschaften mit dem Management haben und dort auch dann wirklich immer die Informationen, direkt die Calls bekommen. Wenn wir Fragen zum Unternehmen haben, dann kann man solche Situationen nutzen. Und wir haben umgeschichtet. Wir haben gewisse Unternehmen rausgenommen, andere dafür reingenommen, die jetzt besser auch zu dem aktuellen Marktumfeld passen. Wir sind, das ist einfach Fakt, auf historisch sehr niedrigen Bewertungen für nicht profitable Unternehmen. Wenn man sich das einfach mal anschaut, wie stark der Abverkauf ist, dann war genau 21 war der große Hype. Das war definitiv überhyped und viele Unternehmen sind bei 60, teilweise 70, 80 Mal Umsatz haben die getradet. Das war einfach irrational. Auch bei uns im Startup-Bereich hatten wir einige Unternehmen bei uns im Portfolio, die wirklich relativ früh mit einer Milliarde bewertet wurden. Das war eine tolle Zeit für unsere Investoren, aber es entsprach. Ehrlich gesagt, auch damals haben wir das schon kritisiert, war es einfach zu viel Hype. Jetzt haben wir zu viel Angst. Jetzt ist wirklich einfach nur noch pure Panik, aber Technologie wird bleiben. Technologie fängt gerade erst an. Industrien wie ein 3D-Druck, der kommt jetzt in die Massenadaption. Wir sehen jetzt, dass eine Ethereum-Plattform wirklich eingesetzt wird und so weiter. Das heißt, diese Irrationalität zwischen dem Hype und auf der anderen Seite jetzt diesem Abverkauf ist wirklich enorm. Der Chart hier, glaube ich, zeigt das sehr eindrucksvoll. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, eine gute Zeit, um einfach mal ganz ruhig diese Chance zu nutzen. Man sieht das faktisch auch, wenn man mal vergleicht, wie sieht der Umsatz aus, den die Unternehmen generieren. Haben die dort ein Umsatzwachstum? Und in Relation zu dem Preis der Aktie und damit dann im Enterprise-Value, das ist nicht mehr rational. Das heißt, die Unternehmen liefern diese Ergebnisse ab. Die wachsen teilweise sogar noch schneller, als wir das erwartet haben. Aber durch diesen Fokus auf Makro fallen viele Unternehmen einfach runter, werden nicht beachtet und bekommen auch kein Research mehr, wo ich gleich reingehe. Und deswegen ist es einfach für uns erstmal eine sehr interessante und, ich glaube, eine große Chance, diese Entwicklung zu sehen, wie ein Alpha-Wave-Semi. Bei uns eine der größten Positionen wirklich wie ein Uhrwerk, ganz sauber abliefert, sich ganz weit auch immer mehr Mode aufbaut, wo es eben nicht eingeholt werden kann. Aber irgendwie bis jetzt noch der Markt das Ganze ignoriert und die Aktie fällt. Oscar, Hales, Tesla, man kann das eigentlich fast gesamt für das Portfolio machen. Eine Ausnahme ist Palantir. Dort hat wieder überhyped sozusagen für das aktuelle Umfeld der Markt gesagt, ey, das ist jetzt KI, das ist Zukunft. Irgendwie auf einmal haben sie es verstanden und die Aktie ist von 5 Dollar auf, glaube ich, 22 Dollar hochgegangen. Ein schöner Gewinn für uns in unserem Portfolio. Da haben wir dann diese Position deutlich reduziert. Insgesamt ein tolles Unternehmen, hat auch noch eine super Zukunftsvorsicht. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie dann Einzelunternehmen auf einmal Aufmerksamkeit bekommen und wie die dann laufen. Und darauf reagieren wir dann als aktive Manager. Man kann es zusammenfassen mit schwache Kurse, starke Ergebnisse. Wenn man sich die Quartalsberichte unserer Unternehmen anschaut, wir kommentieren die immer auf 10x10a.com und schreiben dann was, wie wir das Ganze einschätzen. Man kann aber auch einfach ehrlich gesagt googeln. Die meisten unserer Portfolio-Unternehmen haben herausragende News, gewinnen neue Kunden, bieten den Markt, also den Forecast von den großen Investmenthäusern, wenn es denn überhaupt welche gibt, gewinnen neue, wirklich herausragende Köpfe fürs Management und so weiter. Aber die Kurse spiegeln es nicht wieder. Eine wirklich irrationale Zeit, durch die wir da gerade laufen. Ich will mal kurz in unserer Portfolio so zwei, drei Beispiele geben, dass ihr mal versteht oder mal eine Idee davon bekommt, wo investieren wir rein. MRTs. Heute Riesenröhren, GE und andere sind Weltmarktführer, sehr teuer, sehr kompliziert. Hier ist ein Unternehmen hingegangen und hat gesagt, hey, wenn ich wirklich moderne Hardware neu denke, das mit Software-KI großen Daten zusammenbringe, dann kann ich auf einmal ein mobiles MRT-Gerät bauen, das um Faktoren günstiger ist, natürlich viel flexibler mit einer Steckdose funktioniert, ich es zum Patienten fahren kann oder ein Gerät haben, es in der Praxis oder der Klinik hin und her fahre und durch diese Kombination erreiche ich so hohe Bildqualität, dass sie für die meisten oder für viele Befunde auch schon ausreichend ist. Und das ist eine Revolution wie ein Smartphone, das Gerät ist zugelassen, wir haben sogar hier eins in Bonn, es werden viele davon eingesetzt, die Bildqualität ist absolut da und das Unternehmen tradet, es ist relativ volatil, aber oftmals at cash, also mit quasi einem neutralen Enterprise Value. Und das machen wir dann auch nicht mal easy und sagen, hey, das ist ja eine tolle Idee mit dem MRT, sondern wir gehen wirklich rein und analysieren das, die Hardware, die Software, den Markt, die Wettbewerber im Detail. Hier haben wir zum Beispiel einen jungen Radiologen mit dazu genommen, der eine der erfolgreichsten Praxen im Norden Deutschlands aufgebaut hat, viele, viele Geräte, Software gekauft hat, hunderte Mitarbeiter aufgebaut hat, bevor dann sein Unternehmen übernommen wurde von einem PI. Und mit ihm sind wir reingegangen und haben dann wirklich geguckt, werden das die Krankenkassen zahlen und was man da alles prüfen muss. Und wir sind sehr überzeugt von dem Unternehmen und das ist einfach enorm attraktiv aktuell. Eigentlich muss man sagen, verrückt, ob das natürlich keine Anlage, Beratung oder Empfehlung bewertet. XTPL, glücklicherweise mal ein europäisches Unternehmen. Hier wird, es ist der präziseste 3D-Drucker der Welt im Metallbereich. Was kann man damit machen, nämlich Elektronik drucken zu sagen. Ein Beispiel ist große Displays oder ganz kleine, hochauflösende Displays von den neuen VR-Brillen. Teilweise hat man Ausschuss, weil 3 oder 4 Pixel nicht funktionieren. Das entspricht nicht den Qualitätsstandards. Und dann muss ich das ganze Gerät, also die ganze Brille oder halt eben das Display der Brille oder das Display als B-Ware verkaufen. Hier kann XTPL so präzise drucken, dass dann die einzelnen Dots auf den Displays repariert werden können. Das ist ein Thema, womit das Unternehmen heute Umsätze generiert. Und in Zukunft werden sie mehr und mehr unserer Meinung nach eingesetzt, um noch kleinere Schaltkreise zu ermöglichen. Also ich will heute immer mehr Chips, immer mehr Elektronik, immer kleiner zusammenfassen, um das ganze Energiesparen zu machen, um kleine Bauteile zu haben, die ich dann zum Beispiel im Bereich von Kopfhörern wie A-Brillen, aber auch Elektroautos, Spülmaschinen, Waschmaschinen, das sind quasi alles kleine Supercomputer geworden. Und hier wird XTPL, unserer Analyse nach, ein wirklich entscheidender globaler Player sein. Man kann es mit ASML so ein bisschen vergleichen, die einfach so weit eine Technologie getrieben haben im Chips-Bereich. Das kann auch nicht mehr kopiert werden. XTPL auch absolut spannend und wirklich technologisch herausragend. Traded, könnt ihr euch gerne angucken, aktuell wirklich bei, nach unserer Einschätzung, wirklich verrückten Multiples. Das letzte Beispiel, Alpha Wave Semi. Ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass wir immer mehr Trainings-Power in der Cloud benötigen. Das heißt, wir haben diese Large Language Models, wir werden Video Models, Audio Models, wir werden ganz viele Models trainieren müssen. Ein Run teilweise bis zu 100 Millionen Dollar gleich. Wir brauchen eine Menge, Menge Chips und Rechenzentren. Deswegen ja auch die Entwicklung, teilweise zu Recht, will ich gar nicht darauf eingehen, von der Nvidia-Aktie. Alpha Wave Semi ist genau hier ein zentraler, wichtiger Baustein. Sie haben eine besondere IP für Konnektivitätschips entwickelt. Das heißt, sowohl wie die Daten innerhalb der Chips ausgetauscht werden, aber auch wie die Teile der Rechenzentren dann zusammen kommunizieren. Das ist schwer kopierbar, haben wirklich einen ganz, ganz hohen Zaun um ihr IP gebaut, gewinnen immer mehr Kunden, sind bei ganz vielen großen, großen Namen mit dabei. Der Umsatz wächst wie ein Uhrwerk, wunderschön. Aber es ist eben kein Magnificent Seven und damit wird es aktuell ein bisschen ignoriert. Und sie werden wahrscheinlich sogar bald, davon gehen wir aus, auch eigene Chips auf den Markt bringen. Also das Unternehmen hat nicht nur das, was es heute schon hat, wofür es schon attraktiv bewährt werden, wäre, sondern es hat auch eine ganz, ganz tolle Roadmap, ein sehr starkes Management und eine gute, stabile Finanzierung. Bei unseren Fonds ist es so, dass wir kaum Überschneidungen haben mit dem S&P 500 und Nasdaq und anderen großen Indizes. Um dieses Klumpenrisiko zu verhindern, kann unser Fonds eine kluge Beimischung als Technologiefonds mit wenig Überschneidungen sein. Tesla ist aktuell die einzige größere Überschneidung. Auch da können wir darauf eingehen, warum wir das Tesla anders einschätzen als der Markt. Für uns entscheidend oder das, was uns auszeichnet, ist, dass die Unternehmen, die wir in unserem Portfolio haben, oftmals kaum andere externe Research-Häuser haben. Es sind Unternehmen, die entweder durch den Tech-Seller zu klein geworden sind, zu wenig Freeflow oder einfach auch auf der anderen Seite jetzt immer weniger auch Research gemacht wird. Es kostet einfach sehr viel Geld. Und da gehen wir rein, wir leisten uns das und schauen uns dann kleinere Unternehmen, super spannende und hochattraktive Unternehmen an, sind vor Ort, rechnen nach, haben die Chemiker, die Physiker, die Biologen hier im Haus, im Team. Wir sprechen mit Kunden, Partnern, Ex-Mitarbeitern. Wir analysieren die Unternehmen im Detail und haben dann natürlich unser eigenes Research. Entdecken wir Unternehmen und investieren dann, die eben nicht so bekannt sind. Teilweise werden sie dann sehr groß und bekannt, wenn sie entdeckt werden. Aber erstmal ist es oftmals so, dass wir einer der wenigen Analysten auf den einzelnen Unternehmen sind. Jetzt haben wir ein breites Team. Hier nur einen Auszug aus dem Team, sowohl an Kapitalmarktexperten mit CFA-Zertifizierungen, aber auch Physiker, Chemiker, Biologen, Informatiker. Wir haben auch gerade noch einen neuen KI-Experten mit an Bord geholt und so weiter. Das heißt wirklich ein breit ausgestelltes Team. Das leisten wir uns, weil auch ein Großteil unseres eigenen Vermögens in den Fonds ist. Aktuell übrigens einfach nur als Seiteninformation. Die Betreiber GmbH sind noch gar nicht profitabel, sondern wir investieren mehr in Research und Team, als wir einnehmen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ein ganz langfristiges Thema, wo wir gerne als Partner das Ganze auch langfristig investieren. Wir nehmen das hier sehr ernst und wir investieren lieber noch mehr ins Team, noch mehr in proprietäre Daten und Software, um wirklich auch dann sehr gut schlafen zu können mit den Entscheidungen, die wir jeden Tag hier treffen. Und das nochmal kurz zusammengefasst. Es ist ein Tech-Baustein, der natürlich die Größe ist immer individuell. Es ist kein Basis-Investment, sondern es ist ein Tech-Baustein, der jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Zeitpunkt hat, wo man dann langsam über Dollar-Cost-Average oder direkt, wie jeder das für seine Strategie richtig hält, einsteigen könnte. Uns unterscheidet das Research und auch das Netzwerk, weil wir eben jeden Tag auch mit Satelliten und Elektronik-Bauteilen, Batterien und so weiter im Private-Markt unterwegs sind. Wir haben ein sehr differenziertes Portfolio. Wir sind sehr offen und transparent in dem, was wir tun. Wir legen unsere Research offen. Wir diskutieren, wie jetzt hoffentlich auch gleich, mit unseren Anlegern. Und wir sind, haben skinned the game, wir sind mit dabei. Wir haben viele, viele Millionen selber in unseren Fonds investiert. Und das ist nicht irgendwie eine Marketing-lustige Nummer, sondern wir glauben daran, dass wir da über Dekaden unser Geld sehr erfolgreich verwalten können. Hier nochmal die WKNs, die ihr natürlich auf der Website findet. Wir haben einen Disruptive Tech, der auch Tesla und Palantir und so weiter drin hatte. Wir haben einen Smaller Mid-Cap, der dann wirklich nur in den kleineren Unternehmen ist. Die Details dazu findet ihr auf der Website. Ansonsten natürlich auch gleich gerne in der Q&A Fragen. Wir haben einen kostenfreien Newsletter, den ich wirklich empfehle, weil wir geben unser Research auch frei. Und genau, dann seid ihr mal auch informiert, wie wir auf die einzelnen Unternehmen-Märkte. Wir haben gerade ein umfangreiches White Paper zu 3D-Druck veröffentlicht und so weiter. Dann seid ihr da dabei. Und jetzt freue ich mich sehr, mit euch über eure Fragen zu diskutieren. Erstmal vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frank. Und jetzt können die Fragen direkt im Chat gestellt werden. Das heißt, alles, was euch interessiert, könnt ihr direkt in den Chat reinschreiben. Und Frank wird das ad hoc beantworten, insofern das gleich möglich ist. Frank, ich habe gerade gesehen, ich fange gleich mal an. Ihr habt ein sehr diverses Team. Das heißt, ich habe gesehen, das sind verschiedene Nationalitäten offensichtlich enthalten. Das hilft wahrscheinlich auch bei der Auswahl an Unternehmen. Oder wenn du Muttersprache, ich habe es gesehen, Namen nach Polnisch, vielleicht Chinesisch, dass ihr quasi in den Märkten auch vor Ort sozusagen besser recherchiert und bessere Kontakte sicherstellen könnt, als das sonst, sage ich mal, möglich wäre. Definitiv. Das betrifft ganz besonders natürlich den chinesischen Markt. Da muss man einfach sagen, das ist so viel, wenn man da mit Investor Relationship sprechen will, das ist schon WeChat. Da gibt es kein WhatsApp oder iMessage oder was auch immer oder E-Mail. Das ist WeChat. Und dann wollen die natürlich Chinesisch mit ihr sprechen. Deswegen haben wir da jeweils dann die lokalen Leute. Und es ist auch gut, wenn man Polnisch und so weiter spricht. Das heißt, ja, wir haben ein sehr diverses Team von den Hintergründen her. Also dass wir sagen, wir haben genauso ein View auf China wie auf Indien. Wir haben natürlich auch Deutsche dabei, Amerikaner mit dabei, Leute bei uns am MIT und so weiter studiert. Aber dann auch wiederum in den Sachthemen. Das heißt, wir haben wirklich herausragende Finanzexperten. Dann haben wir aber auch die Geeks quasi, die Physiker, die Biologen, Chemiker. Und dann gemeinsam treffen wir auch die Entscheidung, was, glaube ich, wichtig ist. Weil wir eben nicht daran glauben, es gibt irgendwie einen Magic-Kopf, der sagt, da gehen wir jetzt rein. Sondern wir diskutieren gemeinsam, wir entscheiden gemeinsam in einem breiteren Team. Und das ist unser Ansatz, den man dann auch mögen muss, wenn man bei uns investieren will. Ja, das heißt, man muss sozusagen an die Strategie auch glauben. Das tust du als sozusagen Forder definitiv. Und das ist aber auch was, was ich jedem Anleger empfehlen kann, eigentlich wirklich in Strategien zu investieren und nicht nur in den Markt. Weil das ist gerade ein entwogendes Thema in den letzten zehn Jahren gewesen. Wir sehen das auch tatsächlich bei uns, dass eben umgeschichtet wird in Passivinvestments, Thema ETF. Und das war aber, wenn man rückblickend das betrachtet, eine Sondersituation. Das heißt, wir hatten in den letzten zehn Jahren fallende Zinsen bei gleichzeitiger Ausweitung der Geldmenge. Und all das hat dazu geführt, dass Sachwerte nicht nur Aktien, sondern auch Immobilien, das hat jeder wahrscheinlich mitbekommen, massiv an Wert gewonnen haben, weil zu viel Geld im Markt war. Und es war zu günstig. Und das war natürlich die Zeit der ETF, weil der Gesamtmarkt gestiegen ist. In der normalen Phase. Und da funktionieren ETF tatsächlich wirklich gut, im Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Aber in einer normalen Marktphase, wo der Markt volatil ist oder wo es nach oben oder unten geht. Oder in Corona-Zeiten. Das hat ja nun dich jetzt besonders betroffen. Aber da waren eben Tech-Werte oder Online-Businesses sind nach oben geschossen. Und andere wie Airlines, Reiseunternehmen und so weiter eben genau die entgegengesetzte Richtung. Und wenn man den Index kauft, dann gleicht sich das im Zweifelsfall aus. Und man verdient halt gar nicht, überhaupt kein Geld. Und wenn man eben im Prinzip jetzt selektieren kann und auf die Gewinner setzen kann, dann ist das eigentlich einfacher möglich. Aber das mal nur am Rand, wenn man den generellen Markt. So, jetzt sehe ich schon, es wird angefordert, gerne die Newsletteranmeldung. Oh, Michel, vielleicht kannst du das mal posten, wie man sich bei euch beim Newsletter registrieren kann. Das wäre, denke ich, sehr, sehr spannend. Ja, Frank. Genau, das ist einfach cnxdna.com und dann einfach auch den, da gibt es, glaube ich, oben in der Primal Navigation Newsletter und da kann man sich dann einfach die E-Mail hinterlegen. Super. Also ich muss mich da auch anmelden, ehrlich gesagt. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ach, da kommst du. Sehr schön. Weil das ist auch eine Seltenheit, dass Fonds oder eben Fondsmanager ihre Search offenlegen. Das hat man sehr, sehr selten. Und insofern ist das sehr löblich, dass ihr da sozusagen agiert. So, nächste Frage kommt rein zu den jährlichen Kosten des Fonds. Das habe ich eben schon mal eingeblendet gesehen auf einer Folie. Vielleicht kann man die nochmal rauszaubern. Genau, das finde ich mal auf der Website. Wir sind 1,8 Prozent, also je nachdem, in welche Tranche geht. Wir haben auch Insti-Tranchen. Genau, und das ist das, was wir haben für ein aktives Management. Und das unterscheidet uns sicherlich von einem ETF, der hat geringere Kosten. Und das ist einfach ein komplett anderer Ansatz. Beides macht Sinn. Und ja, 1,8 Prozent geht aber auch, gibt andere Tranchen mit gewissen Größenordnungen. Das haben wir alles sehr sauber und, glaube ich, auch übersichtlich und verständlich auf der Website dargestellt. Jawohl, also Insti-Tranchen sind für institutionelle Investoren, die haben wir auch, das sind so die Family Office dieser Welt, fängt aber in der Regel an, ab 1 Million Euro. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ab 100.000. Ab 100.000. Und da sind die Konditionen etwas günstiger, aber man kommt nicht so einfach ran, muss man sagen. Die Retail-Tranche, die kann jeder kaufen und da liegen wir bei 1,8. Und jetzt aber über Rentablo, Cashback 0,5 Prozent, zum Beispiel über die Fonds-Depot-Bank oder für die Fonds-Bank, habe ich gesehen, aber auch die kommen direkt, zahlt natürlich da sogenanntes Cashback aus und dann ist man am Ende nur noch bei 1,3 und wie gesagt, nähert sich dann wiederum dem an, was man sonst passiv auch an Kosten. Also insofern kann man diese Kosten reduzieren, mal abgesehen davon, dass kein Ausgabeaufschlag anfällt, zumindest nicht über den Tag. So, das muss ich jetzt auch mal unterbringen an der Stelle. Sehr schön. So, da kommt die nächste Frage rein. Sie sagen, dass Investments langfristig sind. Das verstehe ich, aber wann wird denn der Fonds das erste Mal Gewinn abwerfen? Okay. Das ist die Frage, wann Sie investiert haben, oder? Genau, also wenn man Dollar-Cost-Average in den Fonds investiert hat, ist das ganz schlecht und wir haben ja auch zum Beispiel im ersten Halbjahr 60 Prozent mal zugelegt. Sobald man gewisse Entspannungen im Makromarkt sieht, ist es dann wieder runtergegangen. Jetzt glaube ich, sind wir year-to-date bei plus 23 oder so, kann man ja dann sich jeweils abrufen. Genau, und wann wir wieder über dem Ausgabepreis sind, ist dann auch die Frage, wann ist welcher Fonds gestartet. Wir haben verschiedene Zeitpunkte gehabt. Ich glaube nochmal, das ist wichtig, trefft eure eigene Entscheidung, eure eigenes Research, guckt euch das an, weil jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten Monaten eine deutliche Erholung sehen, sobald der Zins zum Beispiel leicht gesenkt wird. Der muss nicht auf die alten Niveaus runterkommen, davon gehen wir auch gar nicht aus. Aber sobald das Signal kommt von der Zentralbank, es wird keine Erhöhungen mehr geben, ist jetzt hier eine gewisse Stabilität gefunden. Plus, die Unternehmen bei uns liefern ja auch ständig. Also das sind ja eigentlich auch Good News, die aktuell einfach komplett ignoriert werden. Ist das in den nächsten Wochen? Wird das noch drei, sechs oder sogar zwölf Monate dauern? Das kann ich nicht sagen. Aber wenn wir jetzt nicht noch einen Taiwan-Konflikt dazu bekommen, der natürlich auch jeden Tag starten kann, aktuell sieht es nicht danach aus, weil der Präsident sich ja der Chinesische, glaube ich, ganz konstruktiv geäußert hat. Aber ich kann es auch nicht versprechen natürlich. Ich kann nicht sagen, welche Krise als nächstes kommt. Aber wenn wir jetzt keine großen Makrokrisen mehr haben und der Zins auch nur mit einem µ 0,25 oder so gesenkt wird, dann sollte, davon gehen wir aus, keine Anlageberatung oder Empfehlung, unser Fonds sich enorm stark erholen. Man kann sich das erste Halbjahr diesen Jahres anschauen, wie dann so eine Strategie performen kann. Super. Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns im Moment generell bewegt, die ganze politische Situation weltweit. Alles nicht schön, muss man sagen und auch nicht sinnvoll, aus meiner Sicht. Und insofern, ja, wie ist, also Einschätzung mal ganz generell, Fragen, wie sie zu der aktuelle Weltsituation, ist es ein Zeitpunkt, wo man eher investiert oder hält man sein Geld zurück? Das sieht man ja im Moment. Wir haben aktuell etwas höhere Zinsen. Wie ist deine Einschätzung persönlicher? Das ist super schwer. Und vor allen Dingen liegt es auch daran, wie viel Vermögen, also kann man Vermögen länger liegen lassen, wie alt ist man. Wenn man zum Beispiel sagt, ich laufe Richtung Rente, dann würde ich aktuell wahrscheinlich auch jetzt nicht progressiv investieren, weil es kann auch noch länger dauern, bevor dann wieder gute Returns bei Aktien entstehen, besonders bei unserer Strategie. Aber insgesamt, jetzt spreche ich mal für mich persönlich, also ich glaube daran, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist zu investieren. Auch die Liquidität, die ich jetzt aus anderen Bereichen zurückkomme, investiere ich weiterhin in unsere Fonds. Und ja, ich habe aber auch dann die Geduld, wenn es dann doch noch zwei Jahre dauert, bevor sich der Markt erholt, dann komme ich damit klar. Das ist auch ganz wichtig. Man sollte bei uns auf gar keinen Fall Geld investieren, das man dann in sehr kurzer Zeit wieder braucht. Aber insgesamt, so einen Baustein wie uns, einen Technologiebaustein zu haben, macht glaube ich wirklich Sinn, weil Technologie wird eher stärker und wichtiger werden. Sind wir das dann? Ist das ein anderer Technologiefonds? Ich glaube, das sollte in jedem breiteren Portfolio, weil man ein gewisses Vermögen hat, abgebildet sein. Und da gehört eine Volatilität dazu. Wir sind übrigens Long Only. Also wir sagen ganz bewusst, wir bauen keinen Cash auf, wir machen kein Hedging, weil das muss dann jeder Einzelne wiederum wissen, wie viel Geld er gerade bei uns investiert. Und dann weiß er bei uns, er bekommt ein 100% Pure Play auf Technologie, die eben nicht korreliert mit dem Nasdaq oder dem S&P 500. Das ist ein spannendes Thema. Du hast es gerade angesprochen, Long Only und mit einem langen Horizont. Das heißt, die Tech-Werte, die schwanken, das haben Sie mitbekommen, die schwanken etwas stärker als der normale Markt, aber eben in beide Richtungen. Und im Moment, glaube ich, ist es ein guter Zeitpunkt. Also Year to Date heißt eben innerhalb dieses Jahres 23%. Dann sieht man eben, dass offensichtlich der Tech-Sektor gerade wieder performt und es unter Umständen wirklich ein guter Zeitpunkt sein könnte, sich jetzt zu engagieren mit einem langfristigen Horizont. Da kam jetzt noch eine Frage rein, direkt zu einem Investment von euch, nämlich Hyperfine. Und die lautet, Hyperfine ist faszinierend, aber mit dem Gerät lassen sich ja nur MRT vom Kopf anfertigen, während die großen Geräte ja hauptsächlich Gelenke und anderes durchleuchten. Was für eine Funktion kann Hyperfine bekommen? Gibt es dort auch wiederkehrende Einnahmen? Also, erstens genau, mit dem Kopf ist gestartet worden, jetzt hier in Bonn zum Beispiel werden dort auch Babys bekommen, MRT, was natürlich eine ganz tolle Option ist, weil man es ansonsten quasi gar nicht machen kann oder sedieren muss. Und so laut dem Unternehmen, das sind keine Insider-Infos, sondern das hat das Unternehmen ganz offiziell gesagt, sind neue Generationen bereits fertig entwickelt und werden bald auf den Markt kommen, wo man dann zum Beispiel auch in Beinen, Armen und anderen Teilen MRTs durchführen kann. Insgesamt, wir schauen uns die Technologie an und die ist unlimitiert. Also, ich kann die auf beliebige Körperregionen weiter ausbauen. Und da ist einfach eine Frage, wann hat das Unternehmen dann wieder die Zeit, die nächste Generation, die nächste Anwendung rauszubringen. Aber im Grunde genommen ist das so ein Wechsel wie vom Verbrenner zum Elektromotor. Und deswegen kann Hyperfine alle Bereiche abdecken und wird auch bald schon mehr abdecken. Ja, und es ist Recurring Revenue. Das finden wir natürlich super spannend, weil die Softwarekomponente so entscheidend ist. Sie ist entscheidend von der UX, also der User Experience. Gerade jetzt kommt bald wieder ein größeres Update von Hyperfine, wo der Arzt auf dem Display davor besser begeidet wird, wie er den Patienten reinlegt, wo die Software besser erkennt, ist der Kopf jetzt schon richtig drin und dann es vollautomatisch macht. Und, noch wichtiger vielleicht, die Bildqualität wird besser, weil immer mehr Daten gesammelt werden. Wir haben immer bessere Algorithmen und damit kann dann das Unternehmen diese Software-Updates verkaufen, weil sie sagt, hey, jetzt sind wir übrigens auf folgendem neuen Bildlevel. Das entspricht schon wieder, ja, der nächsten Qualitätsstandard und damit kannst du noch mehr Untersuchungen machen. Also ja, das Unternehmen wird ganz breit den Körper abdecken und wird dann, hat auch schon heute und wird noch mehr auch ein Software-Unternehmen sein mit wunderschön hohen Margen und dem klassischen EAA, was wir alle so lieben. Deswegen umso verrückter, das kann ja dann auch jeder nachgucken, wie dieses Unternehmen aktuell an der Börse gehandelt wird. Spannend. Stellen Sie Ihre Fragen gerne direkt im Chat, dann kann die auch jeder sehen. Das wäre dann sehr hilfreich. Eine Frage von mir, Frank, wo siehst du dich denn in den nächsten fünf Jahren? Ich mich persönlich? Ja. Du, ich habe ja eine Menge zu tun. Also wir haben ja auf der einen Seite Freigeist, wo wir in Start investieren. Dort, genau, sind wir gerade, investieren wir in zwei Unternehmen pro Jahr, also bauen die dann auf, richtig hands-on. Das ist ja auch das Gute, wo wir die Erfahrung herbekommen. Auf der anderen Seite das Negative ist, das ist eine Menge Arbeit. Und dann auf der anderen Seite 10x10a fängt gerade erst an. Wir bauen unsere eigene Software-Plattform, wo wir Daten, die öffentlich verfügbar sind, aber auch Daten, die man kaufen muss oder wo es vielleicht in die Ecke gedacht ist, wie man an Daten kommt, um die dann alle in ein zentrales System einzuspeisen und dann verschiedene Modelle dagegen laufen lassen, um dann nochmal bessere Investment-Entscheidungen zu treffen. Also eine sehr proprietäre, umfangreichere Software-Entwicklung, die wir machen. Da sind wir dabei, wir bauen das Team aus und wir müssen jeden Tag bessere Entscheidungen treffen und das sind erstmal die nächsten Jahre, weil, das hat man nie vergessen, in Aktien zu investieren ist der höchste Sport der Welt, weil das ist da, wo Geld verdient wird und da ist der Wettbewerb sehr, sehr groß und wir nehmen das sehr ernst, warum wir überhaupt Marktteilnehmer sein dürfen. Also warum sollte man eben nicht ein ETF kaufen, sondern warum sollte man unseren Fonds kaufen? Und da müssen wir wirklich, wirklich gut werden, gute Entscheidungen treffen, was wir, glaube ich, schon getan haben, aber in Zukunft muss man immer besser werden und das ist sicherlich in den nächsten Jahren eine Reise, wo das Team lernt, wo wir das Team ausbauen, wo wir immer bessere proprietäre Software, immer mehr Datenlieferanten bekommen, immer intelligenter das Portfolio steuern, das ist eine absolut herausfordernde Aufgabe, vor der wir hier gemeinsam stehen. Super, also langfristig angelegt, du willst nicht in drei Jahren auf der Insel sitzen, habe ich jetzt rausgehört. Nein. Klingt auch so, als wäre eine Menge Energie vorhanden. So, jetzt gibt es eine Wortmeldung, der Herr Leugers hat seine Hand gehoben. Herr Leugers, vielleicht können Sie Ihre Frage einfach im Chat stellen. Kann man ihn schalten? Kann man ihn dazu schalten? Ja, wir schalten ihn dazu, wenn das in Ordnung ist. Dann kann er ja gucken, ob er die Kamera anmacht oder nicht. Und the stage is yours, Herbert. Ich glaube, er ist noch gemutet. Haben wir ihn gemutet? Er ist gemutet. Sonst gerne auch im Chat oder sonst einfach das Mikrofon aufmachen und sprechen, je nachdem, wie es passt. Unten links ist das Mikrofonzeichen. Und für alle anderen, wir zeichnen natürlich dieses Webinar auf und stellen es im Nachgang allen zur Verfügung, auch in unseren Social-Media-Kanälen. Das war es in uns weg. Deshalb die begrenzte Teilnehmerzahl heute, dass die Fragerunde nicht lang wird. Aber Sie dürfen sehr gerne Ihre Fragen stellen. Frank, du hast noch zehn Minuten, oder? Fünf Minuten für uns. Absolut. Genau. Jetzt die Frage, kommt Herbert, hätte ich sonst einfach gerne vielleicht einen Chat, wenn es dann doch mit der Software nicht funktioniert, mit dem Zoom. Oder auch dann parallel die nächste Frage, dass wir danach dann den Herbert dazunehmen. Also Chat ist circa in der Mitte, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen einen anderen Bildschirm wahrscheinlich, ist so eine Sprechblase, Chat. Weil es gab auch jemanden, der hat dann F&A-Fragen gestellt, das geht auch. Die habe ich gar nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es, wo es ist. Also stellen Sie einfach Ihre Fragen da, wo diese Sprechblasen sind. Da draufklicken und dann schreiben. Oder Herbert, das Mikrofon und sprechen. So, ansonsten, was haben wir denn noch für spannende Dinge im Moment? Gibt es ein Unternehmen, das ist ja immer die Gefahr eines Fondsmanagers, Frank, dass man sich in die Unternehmen verliebt. Und dann sehr schlecht loslassen kann. Hast du das schon erlebt oder gibt es ein Unternehmen, wo du sagst, Mensch, da hätte ich doch eher reagieren sollen müssen, wie auch immer? Das ist definitiv immer wieder ein Thema. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein breit aufgestelltes Team sind, dass wir ganz klare DCF-Modelle haben, dass wir selber uns Price-Targets für Unternehmen setzen, die dann noch verkaufen. Und du kannst dir vorstellen, als Frank persönlich blutet natürlich auch mein Herz, dass Tesla aktuell nicht die größte Position ist. Aber das ist genau auch eine hoffentlich kluge und gute Entscheidung des Teams, weil es halt eben aktuell noch bessere Chancen gibt, um Rendite zu erreichen, genau in unserer Strategie. Das heißt nicht, dass ich Elon nicht mehr als großartigen Unternehmer schätze, sondern dass wir genau das machen. Das heißt, wir treffen hier gemeinsam als Team immer die Entscheidung, in welchen Positionen sehen wir jetzt auch, mit einem gewissen drei, sechs, neun Monatshorizont, der zu dem langen Horizont dazugenommen wird, sehen wir die besten Renditenschocken. Und deswegen machen wir das. Und genau das ist wichtig, dass eben keiner sich blind verliebt und sagt, das ist das geilste Unternehmen, egal, sondern das balancieren wir, glaube ich, sehr, sehr gut und auch intensiv diskutiert immer wieder aus. Vielleicht kann ich noch zwei, drei Worte zu Krypto sagen. Das wird ja auch immer wieder heiß diskutiert. Wir haben Krypto mit aktuell, glaube ich, sogar sechs oder sieben Prozent, weil Krypto ja auch sehr, sehr gut gelaufen ist und sehen aktuell noch keinen Grund, es zu reduzieren, weil hier wiederum der Impuls ein guter ist. Die Netzwerke wachsen weiter. Wir haben die höchste Hashrate in der Geschichte von Bitcoin. Wir haben die höchsten Engagementraten auf der Ethereum-Plattform und die ETFs werden kommen. Das ist nicht unsere eigene Art und Weise, Taktiken zu spielen, aber hier kann man ganz klar sagen, diese ETFs kommen und die Coins werden damit danach gefragt. Das heißt, alle Ampeln sind hier quasi auf grün. Und wer kein Krypto mag, was auch vollkommen in Ordnung ist oder seine Coins selber verwalten will, dort haben wir einen Extra-Fonds ohne Krypto, also den Disruptive Technologies Ex-Krypto. Genau, aber insgesamt glauben wir daran, dass es jetzt auch sehr, sehr interessant ist. Binance übrigens super krass. Vier Milliarden muss jetzt getahlt werden vom Gründer. Gründer zurückgetreten. Und was macht? Ja, Krypto hat es gar nicht bewegt. Früher wäre wahrscheinlich Krypto deutlich gefallen. Da haben wir gerade eine sehr positive Stimmung. Das wurde nochmal jetzt auch in den letzten Tagen unterstrichen. Und sobald die ETFs dann freigegeben werden, glauben wir das nochmal sehr gut. Und dann werden wir uns schauen, wann und wie wir das dann wieder erstmal reduzieren. Aber aktuell ist das eine größere Position. Auch sehr kalkuliert. Apropos größere Positionen. Da kommt eine Frage rein. Wie so ist HIMSS und HEARS? Kenn ich jetzt ehrlich gesagt. Ja, so hochgewichtet. Ist das nicht mehr oder weniger ein normaler Versandhandel, der auch von Konkurrenten bedient werden kann? Wo ist der Workrat? Nein, ist es nicht genau. Also es ist sogar ein bisschen bekannterer Titel. Und genau, wir haben einen sehr klaren Wüllen darauf, dass das Unternehmen auch besondere Technologien hat, die die anderen nicht haben. mit eigenen Medikamenten, wie die Operations geleitet werden. Aber auch Online-Marketing, muss man sagen, ist auch ein Teil davon. Und das ist einfach alles best in class, wie dieses Unternehmen performt. Auch die letzten Earnings gerne mal auf unserer Website. Unsere Analyse dazu durchlesen. War herausragend. War auch nochmal besser, als wir das sogar uns erwartet hatten. Und die Aktie hat nicht dementsprechend reagiert, sondern es ist gerade eine verrückte Zeit. Deswegen, weil wir gerade da so ein spannendes Potenzial in der Entwicklung der Aktie sehen, aber auch ein herausragendes Management mit immer wieder neuen Produkten, die in der Pipeline sind und auch in immer tieferen Operations- und Wertschöpfungskette, die eben nicht einfach nur Online-Marketing sind. Ist es aktuell so eine große Position? Sehe ich Hims und Heres in drei, vier Jahren noch so groß? Wahrscheinlich nicht. Also die Frage ist, bringen sie dann nochmal mehr und kommen wir nochmal in so eine Situation, wo wir sagen, die haben so eine spannende Pipeline an neuen Produkten und Möglichkeiten und so irrational bewertet. Aber aktuell ist es einfach eine Position, die wir genau so sehen und deswegen auch so eine hohe Gewichtung einnimmt. Ja, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Ihr seid näher dran an dem Management, gefühlt. Also ich habe es erlebt in Mannheim vor einem Jahr. Da warst du zusammen mit Palantir und ihr habt Palantir ein bisschen beleuchtet von vorn und ringsherum. Was ist und was kommt? Also das ist ja genau das, was du angesprochen hast, die Pipeline, was kommt? Und das war für mich so ein spannender Wert. Damals bei 8 US-Dollar ging eine Runde auf 6, wo ich gesagt habe, okay, die Story dahinter und was eben derjenige erzählt hat, der mit dir zusammen das Unternehmen da vorgestellt hat. Das war ja jemand aus dem Unternehmen. Und da habe ich gesagt, das ist ein spannendes Thema. Heute mit über 20 US-Dollar zeigt sich, aha, der Wert hat sich also von diesen, sag mal dann mittelfristig 6 auf 20 verdreifacht oder mehr als verdreifacht. Das war also eine spannende Wette. Und jetzt mittlerweile hast du gesagt, okay, Unternehmen ist überbewertet. Nennen wir es mal so zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau. Wichtig, genau. Nicht überbewertet, aber und es ist auch noch Teil des Portfolios, aber ein deutlich geringes Portfolio. Palantir war ja die größte Position, als wir den Fonds gestartet haben. Und damals haben alle gesagt, oder einige haben gesagt, was soll das, was das für ein Blödsinn. Und wir haben halt genau damals erkannt, was das Unternehmen ist, nämlich das Betriebssystem für Daten in der Zukunft. Wir konnten nicht sehen, wie stark und weiter sich LLMs entwickeln. Das wussten wir nicht. Wir wussten halt, Daten und darauf Algorithmen sind enorm wichtig. Und genau das ist auch eingetreten. Und jetzt hatte ich die Aktie so entwickelt, als dass sie immer noch attraktiv ist. Aber andere Unternehmen wie Alpha Wave, Semi und Hims & Hearst haben einfach noch ein attraktiverer Upside. Und wir haben dann sehr genaue Finanzplanung, sehr genaue Returnerwartung, die ich hier nicht teilen will, weil wir sind einfach wirklich sehr bullisch auf unserem Portfolio. Und das ist bei Palantir aktuell, bei dem, wie sich die Umsätze entwickelt haben und wo jetzt die Aktie tradet, nicht mehr der Fall. Es ist immer noch in unserem Portfolio, ist auch immer noch ein herausragendes Unternehmen. Und ich glaube auch, dass wir in vier bis fünf Jahren das Unternehmen auch noch als Teil des Portfolios haben, weil es eine Grundlagentechnologie ist, also quasi ein Provider für das Datenbetriebssystem für KI. Genau, aber jetzt ist die Aktie auch sehr gut gelaufen und deswegen haben wir einfach dann gesehen, wo sehen wir noch größere Chancen und haben dann umgeschichtet. Aber sie ist auch absolut noch Teil unseres Portfolios. Das ist ja das Schöne, wenn man Unternehmen langfristig bekleidet, dann weiß man eben, wann ist mal ein Zeitpunkt auch, um mal vielleicht Gewinne mitzunehmen. Und das macht das aktive Management ja auch aus. Zum Portfolio kommt auch die nächste Frage. Und zwar, vorhin war zu sehen, das beim Wechsel im Portfolio Adyen als neue Position aufgenommen wurde. Was ist die Investmentidee dahinter? Der Markt ist ja schon ziemlich verteilt und KI kann ja auch disruptiv wirken. Ja, also Adyen, genau, die sind sehr stark gefallen, nachdem sie gesagt haben, dass sie noch weitere Mitarbeiter einstellen wollen. Ich glaube, sie haben die Earnings so leicht verpasst und dann sind sie über 50 Prozent, glaube ich, bitte nachgucken, gefallen. Wir haben das Unternehmen uns vorher schon angesehen. und waren verliebt. Ja, hatten das vorher schon, fanden das echt gut, aber es war halt einfach, unsere Discounted Cashflow-Modelle, unsere Return-Erwartungen haben das halt nicht hergegeben, dass wir da wirklich, wie es für unseren Fonds bei aller Volatilität dann auch notwendig ist, wirklich deutlich höhere Returns als der Markt gesehen haben. Deswegen haben wir nicht investiert. Und als sie dann gefallen sind, haben wir wirklich in wenigen Stunden, weil wir das Research ja fertig hatten, dann die Entscheidung getroffen und haben dann dort investiert. Der Software-Stack, der dort entstanden ist, von der Architektur her und in der Breite der Funktionalität, wo es eben kein Flickenteppich ist, sondern wo ein Team eine saubere Architektur aufgesetzt hat, das ist das Besondere. Und das kann man auch nicht kopieren, weil es sehr, sehr komplex ist, dieses so zu bauen. Es ist über viele, viele Jahre von sehr klugen Köpfen gebaut. Das Management ist unfassbar stark. Und die sind auch nicht ersetzbar, sondern die werden eher noch ausbauen und werden auch von KI profitieren, weil sie nun mal die ganzen Datenströme managen. Und als wir dann glücklicherweise die Disziplin hatten und gesagt haben, ab welchen Werten wollen wir investieren und der Zeitpunkt da war, haben wir sie sehr stark aufgebaut und sind ja mittlerweile auch sehr schön damit im Gewinn. Und wenn die Aktie jetzt auch wieder in einem Palentier dann wieder da läuft, wo wir sagen, okay, jetzt bringt sie eher Average Returns, dann werden wir sie auch wieder abbauen. Aber aktuell sehen wir da noch eine größere Abzeit und glauben auch gerade dieser Capital Market Day von denen und was wir noch in den nächsten Wochen, Monaten, wir erwarten an neuen Impulsen, das wird eher sehr positiv werden. Jawohl. Und ich sage mal, der Online-Zahlungsverkehr wird ja auch immer mehr. Digitale Euro ist auch in der Diskussion, etc. pp. Also auch da Wettbewerb zu den amerikanischen Anbietern. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns da noch erwartet. So, jetzt sind wir schon weit über die 20-Minuten-Frage-Runde weg, aber jetzt letzte Frage kommt und zwar Klaus-Peter fragt, zum Kunststoffrecycling ist sicher, also der Kunststoffrecycling ist sicher eine Megamarkt, aber neben Cabrios gibt es ja diverse neue technische Ansätze. Warum setzt ihr nur da auf Cabrios? Cabrios ist eine kleinere Position bei uns und genau, wir müssen Plastik recyceln. Wir glauben, dass dieser Prozess, den wir uns im Detail angesehen haben, auch mit Shinji, unserer Chemikerin, mit anderen Häusern, wie zum Beispiel auch eine Markart, dass sie dort investiert sind, und auch immer wieder austauschen, auch uns angesehen haben vor Ort, glauben wir, dass das von dem, was recycelt werden kann, also welche Materialien kann ich da reingeben, was kommt hinten raus, wie kann der Prozess skaliert werden, welche Kostenpunkte erreicht das Team, wirklich herausragend ist, auch hier ein starker Partner mit an Bord, aber wir wissen nicht genau, wann sind die Inflection Points und wie schnell geht es da jetzt wirklich weiter, deswegen ist es eine Position, das auch eine tolle Option ist, aber es ist nicht eine unserer Hauptpositionen, weil wir bei aller Überzeugung aus der Technologie heraus noch keinen ganz klaren Pfad haben, was sind die nächsten Inflection Points, als dass wir die Aktie in einer deutlichen Bewegung sehen werden, und deswegen genau, es ist eine Position, gutes Unternehmen, und wir beobachten das sehr genau. Ich sage, vielen, vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht, sehr, sehr gute Fragen aus deiner Community, und gerne den Newsler abonnieren und sonst noch gerne Fragen nochmal rüberschießen, wir sind wirklich immer erreichbar, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Session für die Community, wie es passt, und ich sage erstmal, vielen Dank für eure Zeit und die Aufmerksamkeit und auch bald, tschüss, tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite, Frank, an dich und für die tolle Beantwortung aller Fragen und dann vielen Dank an alle anderen und für die Teilnahme und einen schönen Abend jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.